Ah, gut, dann ist der Eintracht hier. Wir blicken heute auf unsere zwei Neuzugänge. Vannebeek, aber auch Karl Leitschick. Die hatten gestern ihr erstes Spiel. Es geht aber nicht nur um das Spiel an sich, sondern auch generell drumherum. Den ersten Eindruck. Gehen wir auf den ersten Eindruck. Sind wir ganz ehrlich, die machen schon einen sympathischen Eindruck. Auch gerade Karl Leitschick, wie er spricht über den Verein etc., wie er über die Fans spricht etc. Klar können jetzt viele sagen, es ist so eine Klausel in dem Fall, weil er das sagt, was man hören möchte. Ja, aber ich glaube auch schon, dass er das ernst meint. Und man weiß auch, was er an den Fans hat. Das heißt nicht, dass er, oh, wir sind die besten Fans und so weiter, direkt sagen muss. Und dennoch, und das ist ja ein Fakt, sag ich jetzt mal, sind Fans sehr, sehr wichtig. Und wenn so Fans ihn tragen können. Und er hat das ja teilweise in Stuttgart auch gemerkt. Weil man muss ja auch sagen, dass die Stuttgarter brutale Fans haben, die auch Stimmung machen können. Und wenn ich mir so an das Last-Minute-Tor vorstelle, wo sie den Klassenerhalt gehabt haben. Diese, holy shit, diese Bilder. Ich liebe solche Bilder. Endowars meine ich, ne? Holy shit. Wie du dann siehst, wie alles eskaliert. Die komplette Tribüne. Wie die Spieler und Trainer sogar da hinlaufen. Und diese Gefühlsexplosion. Ich liebe es. Und sowas hast du nicht bei vielen Vereinen. Und das ist es halt. Du hast das nicht bei vielen Vereinen. Man muss aber sagen, Leverkusen zum Beispiel kritisieren viele, die wachsen immer mehr. Ja, muss man sagen. Auch wenn wir Leverkusen nicht mögen. Aber wenn man es so sieht, bei anderen Vereinen, teilweise, die wirklich künstlich hochgezogen sind, dann merkt man halt solche extremen Gefühlsexplosionen nicht. Und ich glaube, wenn Leverkusen Meister werden würde, irgendeinen Titel gewinnt, die werden genauso abgehen. Man hat zum Beispiel bei Bayern auch gemerkt, letzte Saison, als sie in der 89. Minute Meister geworden sind. Viele sagen ja, die freuen sich nicht mehr drüber. Aber ja, über eine Meisterschaft freuen sich echt nicht mehr. Weil wenn man 10 Jahre Meister geworden ist, sag ich jetzt mal, ist es nicht mehr Besonderes. Und wenn man, keine Ahnung, am 28. Spieltag weiß, man ist Meister, freut man sich halt nicht so. Und das hat man gesehen, wie die Bayern in der 89. Minute Meister werden. Und da hat man wirklich geile Bilder gesehen. Und ich glaube, die Fans wünschen sich auch sowas, dass sie lieber am letzten Spieltag Meister werden, als irgendwas. Und solche Dinge, wie am letzten Spieltag, deswegen erwähne ich es ja, sind halt enorm geil. Und das hat Kalajci erlebt, teilweise, damit kommen mit dies und das, ne. Man verfolgt ja auch teilweise alte Vereine. Und das ist ja das Geile. Und jetzt habe ich viel zu viel darüber mit Fans geredet. Aber auch in Interviews bei der Pressekonferenz kam er wie Donny wirklich sehr, sehr sympathisch rüber. Zu der Leistung, ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn nach 15 Minuten kritisiert, weil mir so zwei Punkte mal aufgefallen sind, wo er nicht angerannt ist. Allerdings hat er mich scheinbar gehört und ist dann öfters angerannt. Nein, ich glaube, ich muss mich aber daran gewöhnen. Wir dürfen da nicht zu sehr kritisieren und sagen, guck mal, er ist nicht angerannt. Das braucht Zeit. Er muss einfach in den Spielstil reingebuttert bekommen. Und dass er vielleicht nicht beim ersten Spiel direkt, boom, alles weiß oder so anlaufen kann, wie er soll, ist klar. Das wird aufgearbeitet, sagen, hier, guck mal, da kannst du mal anrennen oder da kannst du anrennen oder das muss man besser machen. Und er wird noch mehr anrennen. Er muss auch konditionell wieder auch noch mal mehr zulegen. Und mit Step by Step wird das auf jeden Fall was werden. Da bin ich auf jeden Fall sehr von überzeugt. Von daher muss man ihm noch ein bisschen Zeit lassen. Dann kann er vielleicht nicht nur 60 Minuten spielen, sondern vielleicht mal 70, 80 Minuten. Und trotzdem will ich es dann aussehen. Wie gesagt, er ist doch gut, gut, gut angelaufen. Und das muss man ihm dann mal lassen. Auch er wird uns viel, viel helfen. Denn das eine oder andere Mal hat er wirklich den Ball gut festgemacht. Auch wenn ich noch viel Optimierung bedarf, was das betrifft, sage ich mal, sehr. Allerdings muss ich jetzt noch mal richtig mir mal angucken, wie genau sein Spielstil ist. Weil ich kenne das von Alea zum Beispiel, der den Ball ja so richtig festgehalten hat. Und er so drei, vier, fünf Sekunden auf einem Fleck stand. Und der Gegner trotzdem nicht am Ball kann. Alea ist fünf Sekunden auf einem Fleck stehen geblieben und hat den Ball halten können. Dass alle nachrücken. Und das ist natürlich schon geil. Und Kalajic ist ja auch so ein etwas, ja, kräftiger, also ein bulliger Typ. Nicht kräftig im Sinne vom Komponent, sondern wirklich vom Körperbau. Wo ich mir auch vorstellen kann, ja, das ist wirklich, was möglich ist. Dass er auch da länger den Ball halten kann. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er hier und da die richtigen Laufwege in die Spitze finden wird. Und Götze und Kalajic wirklich super harmonieren werden. Das braucht noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube, dass Kalajic wirklich auch vom Kopf her soweit ist. Und in gewisser Weise vielleicht die Fußballintelligenz hat. Dass er merkt, okay, Götze spielt jetzt den Pass. Weil es gab so eine Zeit, wo Götze teilweise neu zu uns kam, wo du gemerkt hast, Götze hat eine ganz andere Fußballintelligenz im positiven Sinne als der Rest der Mannschaft. Das soll nicht heißen, dass sie dumm sind oder so. Aber gefühlt hat man gemerkt, dass Götze eine Stufe höher ist. Eine Stufe weiter und immer so ein Gedankengang schneller. Das ist ja ähnlich wie Schach. Beim Schach musst du nicht nur an den Spielzug denken, sondern schon ein paar Spielzüge vorher. Du musst aber bedenken, was macht dein Gegner. Und das kann Götze. Aber mittlerweile könnte es unsere Mannschaft oder Teile des Teams auch, zumindest besser als zuvor. Und wie gesagt, Kaleitsch wird diese Wege gehen. Und dann werden wir das eine oder andere Mal sehen, dass wirklich durch so eine kleine Gasse Götze den Ball spielt und Kaleitsch genau da reinläuft. Und wir dann viel, viel Spaß haben werden. Hoffe ich zumindest. Schauen wir mal. Fakt ist aber auch, dass wir zu Donny kommen, der das eine oder andere Mal wirklich im Mittelfeld richtig gut die Bälle erobert hat, oder weil er dazwischen gesprintet ist oder einfach einen Gegner nervös gemacht hat. Und man muss auch sagen, klar, dass du ein, zwei, drei, vier Pässe drin gehabt. Man muss aber sagen, jeder hat vier Pässe drin. Man muss aber auch sagen, du achtest halt jetzt aktuell auf Donny und Kaleitschik. Da hat man gezielt darauf geachtet. Erste Spiel, natürlich sind die unter genauerer oder strengerer Beobachtung. Da fährt die vielleicht mehr auf als sonst bei irgendjemand. Gerade bei negativen Sachen meistens im Kopf mehr hängenbleiben bei anderen. Ich bin so einer, der sieht nicht nur die negativen Sachen, sondern auch die positiven Sachen. Das ist so wichtig, dass man nicht nur das negative sieht, sondern auch das Positive miterwähnt, damit natürlich auch die Spieler ein gutes Gefühl haben. Du kannst nicht sagen, okay, das war scheiße, das war scheiße, das war scheiße und mach das mal besser. Sondern auch sagen, hier, guck mal, in der Situation bist du richtig gut angerannt. Das hast du wirklich gut gemacht, mach doch weiter so. Und das ist nämlich der Punkt. Und Donny hat wirklich schon gute Laufwege auch gehabt. Ich weiß nicht, inwiefern oder welche Rolle er genau unter Dino einhalten würde oder eingesetzt würde, sage ich jetzt mal. Ich könnte mir vorstellen, dass Donny vielseitig einsetzbar ist. Das ist er auch. Und die Frage ist, würde er in der Defensive spielen oder dann mehr offensiv? Ich könnte mir vorstellen, dass er aktuell, solange Skiri weg ist, die Skiri-Position übernimmt. Sollte aber Skiri wieder da sein, könnte ich mir vorstellen, dass er entweder neben Skiri spielt noch oder vielleicht dann etwas die offensivere Variante spielt. Vielleicht trotzdem neben Skiri, aber dann die offensivere Variante. Oder er steht da gar leicht vor Skiri, damit wir noch mehr offensive Kraft haben. Oder er ist so vielseitig einsetzbar, dass wir das während des Spiels variieren. Dass man defensiver steht, immer offensiver. Dass die Gegner sich noch weniger darauf einstellen können. Weil ein Spieler, der teilweise vielseitiger einsetzbar ist, das ist so viel wert und es dann immer schwieriger zu verteidigen für die Abwehrreihen des Gegners. Und deswegen ist Donny ein guter Transfer und er wird noch besserer werden, wenn Skiri da ist. Jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass Skiri sich nicht verletzt, dass Skiri ja wirklich trotzdem erfolgreich ist. Weil man möchte ja, dass Skiri auch, vielleicht das Ding sogar gewinnt, ne? Sagen wir mal ehrlich, Skiri soll das Ding gewinnen. Klar, er würde uns lange ausfallen, aber dann, vielleicht kommt er mit einer Zipper-Motivation zurück. Wenn er nach der Gruppenphase ausscheidet, hat er so eine Fresse, ist enttäuscht und zeigt vielleicht bei uns keine Leistung. Vielleicht will er dann auch erst den Rest beweisen und rockt bei uns alles ab. Man weiß es nicht. Aber trotzdem wünscht man seinen Spielern nur das Beste, aber leider Gottes ist es uns leider nicht mehr. Ich will auch, dass er früh zurückkommt und für uns wieder einsetzbar ist. Aber auf der anderen Seite wünsche ich ihm nur das Beste. Das ist so schwierig. Das war eure Meinung. Möchtet ihr, dass man muss weit kommt, aber dass man später zu uns zurückkehrt oder lieber andersrum? Früh ausscheiden und früh zu uns kommt. Das ist wirklich mal interessant. Aber Fakt ist einfach, dass wir zufrieden sein können mit den zwei Transfers, die gespielt haben. Mal gucken, was noch alles kommt. Ob noch ein Stürmer kommt, das ist so die gewisse Frage, sage ich jetzt mal. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht auch im Bezug oder Blick. Auf nächste Saison, wenn man, je nachdem, man weiß nicht, wo man spielt, aber dass man im Sturm wirklich vielfältiger ist. Gerade mit der Dreifachbelastung. Und man kann vielleicht auch mal Doppelspitze spielen, was auch gut ist. Und man muss dann gucken, wer dann so abgehen wird bei uns. Das ist aber ein anderes Thema. Das können wir vielleicht auch nochmal zu den Transfers machen. Ist ja bald auch wieder Transferfenster Schluss. Das dauert noch eine Weile. Aber können wir vielleicht kurz vorher unterlegen, okay, wer geht noch, wer wird verliehen, etc. Das ist auch ein paar Themen. Könnt ihr mal in die Kommentare haben. Wen sollten wir abgeben oder verleihen, wo ihr merkt. Wen sollten wir noch holen oder auf welche Position. Dann nehme ich das vielleicht noch mit ins Video auf. Für dieses Video war es. Eure Meinung gesagt zu den beiden Spielern unten in die Kommentare rein. Bis dahin und ciao, ciao.